Moin Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge Planet Coaster. Ja, das ist das Nachfolgerprojekt von Planet Zoo. Wir machen Spielen, Sandbox-Modus. Und wir nehmen, würde ich sagen, Laufwald. Da baut man seinen eigenen Freizeitpark auf. Den nennen wir Playmo aus Kanal 1110. Playmo aus Kanal 1110 Park. So, Neustart. Die Musik nach so ein bisschen. Okay, das ist also unser Park. Oder eher unsere Fläche, wo dann unser Park gebaut wird. Ich habe mir überlegt, wir machen viele, ähm, ich habe mir überlegt, dass wir so Welten machen. Also, so das heißt, zum Beispiel eine Piratenwelt, wo dann halt das so ein bisschen mit viel Wasser ist und so. So, wisst ihr, was ich meine? Ich denke schon. Ich habe mir überlegt, dass wir mit, auch mit der Piratenwelt anfangen. Dafür machen wir erst mal hier unseren Weg blau, weil ich finde, blau passt zu Piraten. So. Und wir machen ein bisschen die Breite, immer einen breiteren Weg. So. Hier kommt dann eine Art See. Also, hier kommt dann Wasser hin. Ach. Das löschen hier. Wenn man hier so einen Rundweg, hier befestigen wir es. Hier kommt dann Wasser hin. Okay, okay, okay. Wir pausieren einfach mal. Gerade, ähm, Gelände. Ist ja so ein bisschen wie bei Planet Zoo. Eigentlich. So. Hier kommt dann Wasser hin. Ich schalte mal gerade die Musik ab. Musik. Wo ist jetzt hier Musik? Hä? Parkmusik? Naja. Ich weiß nicht, ob die Copyright frei ist. Soundtrack. Soundtrack, Paul. Hier, Parkmusik. Anwenden. Okay. Naja. Ich glaube, man hört es jetzt eh nicht. Ich muss mal nach der Folge gucken. Wie man sie abstellen kann. So. Gehen wir jetzt Wasser hin. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt gehen wir hier auf Szenerie. Und. Suchen nach. Piraten. Also. Hier. Äh. Piraten. Aus Deckung schießender Pirat. So. Dann platzieren wir mal hier ein Robot. Ist ja ein Robot. Weil der. Wirt. Hat da so ein. Gestell. Ähm. Ja. Ei. Eine Kanone platzieren wir hier auch hin. Dann Holz. Was. Ja. Ein. Fruchtige. Fruchtige Fracht. Hier nochmal ein bisschen Fracht. Dann Lagerplatz. Platzieren wir mal hier. Dann hier. Noch ein Lagerfeuer. So. Ähm. Hier stellen wir noch mal Pirat. In. Wir. Bau natürlich auch. Gleich noch. Fahrgeschäfte. Ist klar. Hier Pirat. Mit Fernrohr. Ein bisschen Dekoration. Umfass. Muss ja auch schön aussehen. Hier ein explodierendes Fass. Zwei Stücken. Die Leute müssen sich ja auch setzen können. Das sieht doch schon mal schön aus. Hier eine Mülltonne als Fass. Dann machen wir. Äh. 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 Auch Läden. Jetzt hin. Als. Piraten. Äh. Im Piratenstil. Pi. A. Gibt's das überhaupt als Piratenstil? Sonst nehmen wir einfach hier normale Läden. Ja okay. Nehmen wir normale Läden. Einmal hier so ein Laden. Handy sei ruhig. Ähm. So. Ähm. Dann hier noch ein Laden. Ähm. Formationsstand brauchen wir auch. Das ist ganz wichtig. Ähm. Hier Toiletten. Die keinen Weg haben. Okay. Warum kann man zu den Toiletten keinen Weg bauen? Äh. Ich will jetzt gerne mal den Toiletten... ...nen Block... ...nen Block... ...k... ...warum... äh... ...ist das jetzt hier? Ich will doch nur... ...das hier bewegen... ...toilettenblock... ...ich will doch nur... ...nicht alles hier... ...bewegen... ...bewegen... ...naja egal... ...so... ...okay... ...da ist jetzt auch ein Weg... ...das gut... ...wir brauchen jetzt auch ein Fahrgeschäft... ...gibt's hier irgendwas... ...mit Piraten... ...Pi... ...Pi... ...Aben... ...hier und... ...was... ...ähm... ...ah ja... ...ne Piraten-Bock... ...sieht so aus... vielleicht sollten wir die im Wasser platzieren weil da ja auch Wasser kommt ist kein Problem dann machen wir hier auch noch Wasser hin zumindest ein Teil im Wasser warum kann ich hier ist kein Wasserplätzchen? achso, ok, doch geht so, Eingang platzieren wo platzieren wir denn Eingang? oh, hä? kommt der Eingang hin? ah ja ah, hier, ok verstehe Ausgang Ausgang ok, Eingang kommt hier hin Ausgang kommt hier hin mit der Warte mit der Warte äh, mit dem Weg hier irgendwie verbinden aber wie geht das denn jetzt hier? weil der Weg ist ja viel zu groß ich brauche einen kleineren Weg machen wir erstmal hier die Warteschlange weil weil die ist am wichtigsten glaube ich dann geht man hier einfach so über das Wasser so dürfte ich einmal das hier dran platzieren geht das hier? hallo so so sehr schön dann ist das dann ist aber wie platzieren wir denn dann jetzt den Ausgang? weil hier ist ja mal so gut wie gar kein Platz also wie hat sich der Ersteller dieses SZ dabei gedacht? wie wollen sollen sie jetzt hier durch die Wand gehen? ja ok müssen wir so machen weil macht keinen Sinn naja Leute ich kann es nicht ändern weil ich habe die Mod nicht gebaut so ja sieht perfekt aus ist ja nun ein Computerspiel also ich schätze mal wir müssen als erstes das Fahrgeschäft testen ja müssen wir erst mal testen hier ok dann sieht das wird das hier schon mal getestet ah hier sind auch schon Besucher platzieren wir hier nochmal was für die Szenerie hier haben wir noch ein Schiff das platzieren wir hier auf dem Wasser hier platzieren wir noch ein paar Bänke hier sitzen Pirat oh den wollte ich hier aber jetzt nicht platzieren da äh platzieren wir hier noch ein Steg ja Piraten mhm mh Skapelle das sieht doch schön aus ja mit dem Haufen oh ja hm das gefällt hier eine Schatztruhe hier ein Ruderboot die Kanone platzieren wir mal aufs Schiff auf dem auf das Schiff und hier platzieren wir auch noch so ein komisches explodierendes Fass dann noch eine Rollfassbahn platzieren wir hier auch noch ja hier noch ein Anker und noch hier ein paar Picknick äh Tisch dann können die Leute hier sitzen und was essen ich denke das reicht auch jetzt also wenn euch das Video gefallen hat dann lasst sehr gerne ein Like da abonniert meinen Kanal für mehr solche tollen Videos und dann haut rein ciao 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 ciao